einen wunderschönen guten abend ich hoffe ihr seid bereit ich hoffe ihr seid alle bereit und heute kann jeder hunger mitbringen und muss nicht leiden weil wir machen ja nur einen ganz normalen cheesecake mit weißer schokolade und wir werden ihn ja heute nicht verköstigen deshalb ist ja alles halb so schlimm aber jedenfalls mal zuerst nochmals an alle schönen guten abend hallo kamen hallo selina hallo zocker boy zocker boy zuzugeben melini bassboss und wer sonst auch noch alles da ist doktor doktor schönen guten abend ich hoffe ihr seid bereit und motiviert und ja ich hätte gesagt da das grundsätzlich ja eigentlich nicht so lange dauern sollte aber ich trotzdem immer sehr sehr lang brauche beginnen wir einfach ganz gemütlich hallo leo hallo dominik tv hallo schieber hallo donate und hallo anna hallo patrick und wer sonst noch dazu kommt aber gut wie gesagt wir beginnen gleich weil sonst dauert es eh ewig und doktor doktor gleich mal vielen vielen dank für den euro vielen vielen dank keim n girl schönen guten abend und ha sehr gut ihr seid motiviert stefan schönen guten abend und bassboss ja zeit ich lass mir eh zeit wie immer aber es wird halt dauern ja und damit es nicht zu lange dauert beginn wir ganz einfach deshalb ja wir beginnen wie immer halt mit den zutaten mal und das erste was oben steht sind mal die kekse 200 gramm und ja ich gehe dieses mal mit butterkeksen es steht grundsätzlich beim rezept egal man kann butterkekse oder kekse nehmen oder auch cookies und ich habe mir einfach gedacht wir hatten das letzte mal bei selina ihre geburtstagstorte oder kekse deshalb gehen wir heute mit butterkeksen gut das nächste was wir brauchen sind 100 gramm butter ich habe natürlich wieder gleich den ganzen butterklopfer haufen rechteck keine ahnung ja jedenfalls eine ganze butter weiß ich wieder hunger bekommen schönen guten abend uwe spky 0x schönen guten abend leo noch mal schönen guten abend kamen ein harter tag das hört sich nicht gut an stefan löffelbiskuit wenn du es zu hause hast und lass es dir schmecken dann brauchen wir 400 gramm weiße schokolade da wird sich gegönnt da wird sich gegönnt an den kalorien wird heute nichts gespart wieder dann brauchen wir noch blaubeeren 200 gramm habe ich hier mal 250 müssen wir dann noch abwägen plus frischkäse ich habe hier den von philadelphia heute doppelrahmen stufe wird schon passen ja der ist no bakes no bakes no bakes tschuldigung don't it ja also da brauchen wir gar nichts in den ofen schieben wieder und son 24 goku schönen guten abend dann brauchen wir noch jedenfalls mascarpone 250 gramm ich habe hier einen halben kilo zur sicherheit man weiß ja nie und sauresahne das ist musste ich mal nachgoogeln sauerrahmen in österreich ich hoffe das passt außer es hat wer eine bessere idee was das ist aber ich glaube sauresahne ist sauerrahmen ich hoffe es mal ich habe die google und da ist das gestanden deshalb wird schon passen so gut dann kann ich jetzt bis auf die kekse eigentlich wieder alles wegräumen und oh Carmen ja ein stressiger arbeitstag der gehört mal dazu aber du kannst dir jetzt entspannen kannst du mir zusehen wie ich das den cheesecake schauen wir mal ob ich ihn gut mache oder verhaue aber jetzt ist ja alles entspannt nichts anstrengendes mehr gut wir beginnen mit dem butterkeksen die müssen wir wieder klein drücken zerquetschen und ich hoffe jetzt mal ich habe bei dem ding die richtige seite ja ich kriege sie nicht auf ich kriege die folie nicht auf ihr sagt macht ihr keinen stress lasst dir zeit ich glaube wir brauchen jetzt zwei stunden bis wir die folie aufgekommen weil das problem war ich habe vor jetzt ich habe vorher schon eine folie hergerichtet gehabt und die aufgemacht und dann bin ich so mit der hand durchgefahren und habe ein loch reingemacht jetzt habe ich eine neue gebraucht und ich habe vorher schon ewig gebraucht damit ich die aufkriege und ja zum glück haben wir es geschafft keine kein endgirn nein der lässt sich nicht alleine auf der wird ja heute so gar nicht fertig also der muss ja drei stunden lang im kühlschrank stehen und da wird dann über die tage mit der familie aufgegessen der ist ja nicht für mich ich mache ja daraus keine challenge oder so heute wird ja nur gekocht gebacken was weiß ich aber ich könnte die leibniz kekse auch alleine schon essen die suchten so gut und wir brauchen da halt auch gleich die ganze packung also 200 gramm das ist ordentlich ich hoffe man kann es hören am leo ja ich zeig es halt dann auf instagram wieder morgen weil heute kann ich es schwer zeigen also wenn er dann in der form ist könnt ihr schwer sehen weil ich kann die form nicht kippen und deshalb ja sonst wird alles aussehen und ich zerdrück es einfach mal ein bisschen mit den Händen das geht eigentlich auch ganz gut aber ok aber ok dann 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 ja zitrone habe ich auch zitrone habe ich auch gekauft heute also es ist alles am Start keine Sorge für alle Fälle zum Schluss dann und die Butterkekse lassen sich ja mal echt easy zerdrücken also da habe ich jetzt schon zu gut gearbeitet das sieht nur mehr aus wie Brösel ah wird schon passen schön so kleiner Touch ganz fein zu drücken soll ich es noch feiner machen wie weil jetzt ist es eigentlich oder sind es sind es eigentlich eh nur noch Brösel oh Killerente schönen guten Abend miri du entspannst eh immer du entspannst immer mit deiner Katze kommt mir vor jetzt muss fast wie Mehl werden dann machen wir Mehl draus so da ist ein Loch muss irgendwo ein Loch sein gut dann haben wir es jetzt jetzt ist es so gut wie Mehl so fein wie Mehl sagen wir so perfekt und der nächste Schritt ist dann einfach die Butter zerlassen das heißt wir brauchen 100 Gramm Butter einen Herd und einen Hefen und ein offenes Fenster eventuell auch zwei eventuell auch zwei wartet kurz ich lass auch noch Rollo rauf und mach das Fenster auf weil ich beginne jetzt schon zum Schwitzen und danach beginne ich so richtig zum Schwitzen nein nein das Licht ist aus oh nein mein Wackellicht mein Wackellicht ja es geht wieder perfekt Glück gehabt Glück gehabt gut so die Waage muss ich noch schnell holen und meinen kleinen Teller kurz warten kurz einmal auf so perfekt ich habe gleich einen großen Teller genommen nur zur Sicherheit man kann ja wir machen das so man kann ja nie wissen für was wir den noch brauchen schönen guten Abend Blatt Red Rose so 0 wir brauchen 100 100 stolze Gramm oh mein Gott wie viel ist das gut das ganze hat 250 das sieht schon nicht mehr so gesund aus sehr kalorienreich wird das sehr kalorienreich wird das aber wir essen es ja eh erst morgen so genau 100 Gramm perfekt einmal da rein einmal da rein Teller weg den ganzen einschalten und dahin schmelzen lassen es surrt wieder ein bisschen natürlich nein jetzt gehe ich aus so ich mag die Waage bis heute noch nicht und ich glaube ich werde sie auch nie mögen und nie mit ihr klarkommen so die Butter schmilzt ziemlich schnell deswegen ich fülle schon mal die Kekse hier rein unsere schön zermahlenden Kekse weil wir müssen dann einfach Butter da rein schön umrühren in die Form und dann passt's so ein bisschen wärmer das schneller geht Mandy schönen guten Abend Leo mir geht's gut danke ich hoffe dir auch so kochen muss sie nicht die könnte ein bisschen Gas geben Leo danke ich glaube morgen dann kann ich es mir richtig gut gehen lassen wieder so das dauert heute ein bisschen oh Mandy warum bist du schlecht das ist nicht gut was ist offline nix offline doch offline verdammt ja es hängt immer wieder mal wir sind es jetzt eh schon gewohnt macht euch keinen Stress was habt ihr denn für einen Stress was habt ihr denn für einen Stress man kennt es eh jedes Mal oder kurz muss es immer hängen so Butter ist geschmolzen das heißt das kommt jetzt da rein alles gleich mal schön gut verrühren so einmal Platz machen bitte wie gesagt das mit hängen es ist schon wieder vorbei und man kennt es ja einmal pro Abend hängt das verdammte Ding jetzt immer ich glaube das wird jetzt zum Standard und das ist ein ganz schön ein ganz schön mächtiger Boden also verglichen mit den Oreo Keksen ist der Boden heute gefühlt um einiges dicker aber er riecht auch verdammt gut oh also wenn ihr das jetzt riechen könntet die Kekse Wahnsinn Wahnsinn also ich würde das jetzt so schon essen hätte ich kein Problem damit hätte ich echt kein Problem so sehr gut der Boden ist gemacht das sieht mal so aus und das Ganze kommt jetzt in der Zwischenzeit in den Kühlschrank und soll ein bisschen abkühlen und fest werden und in der Zwischenzeit machen wir dann das andere deswegen einmal das Ganze rein und jetzt gehen wir den Rest an und ja das ist No Bake Kuchen Leo danke danke und Miguel von der Musik her bin ich da ähm ja wie soll ich sagen ich höre eigentlich alles was so läuft ich höre eigentlich alles was so läuft so könnte man es zusammenfassen außer Rap das höre ich sehr sehr selten also ich höre es hin und wieder aber eher selten so so gut Leo nochmals danke und Anna schönen guten Abend das nächste was wir jetzt machen müssen ist die Schokolade und die sollen wir in einem oder über einem Wasserbad schmelzen das heißt ich habe hier wieder meinen Hefen da gebe ich jetzt dann Wasser rein dann gebe ich die Schüssel drauf und da die Schokolade rein und das schmelzen wir dann plus ich muss nein ich muss noch irgendwie schauen weil die Schokolade sollen wir in der Zwischenzeit dann auch stehen lassen ich werde dann glaube ich vorne hinstellen weil ich habe nichts wo ich das dann hinstellen könnte hier irgendwo weil das ist ja dann warm und dann müssten wir schauen beziehungsweise vielleicht das ist gar nicht so warm mal schauen aber als erstes kommt hier mal Wasser rein bis jetzt bezieht und die Knoten mit dem dann dann aus die Minam die Minam die Minam die Minam die Minam sehr schön ich habe jetzt nicht also sehr viel reingegeben also wenn man so wenn ich so den finger reinhalte ist es ungefähr bis hierhin voll mit wasser das sollte reichen da schwimmt ein bisschen das passt schon gut dann einmal wieder einschalten und die schokolade reingeben und ja ich höre auch englischen rap weil ich es vorher noch gelesen habe von miguel aber also ich sag so ich höre englischen rap noch eher als deutschen aber ja auch nicht allzu oft muss ich sagen aber ich höre eigentlich eher selten musik meistens nur im radio oder wenn ich mir so irgendwas anhöre höre ich auch gern klassische musik und vor auch klavier also dass nur ein klavier spielt das mache ich auch gern leo keine sorge meine familie wird da nicht alles aufessen dafür sorge ich schon weil ich bin ja der der den kuchen immer rausholt einfach weil ich ja für instagram euch den zeigen möchte deshalb kann den vor mir schon keiner angreifen schauen ob das jetzt warm genug ist oder nicht ich drehe mal ein bisschen hoch wenn es wer blubbern hört dann soll er sagen und dominik ich habe zu dir schon hallo gesagt also du kannst nicht sagen dass sich keiner grüßt ja am time angle ich hätte die schokolade gar nicht gerührt also ich weiß nur also ich kenne ich sag so meine mutter die lässt die schokolade immer so ganz da drauf und man sieht dann wenn man so rein drückt ob sie weich ist oder nicht und so hätte ich das gemacht also so würde ich von der schokolade her machen ich kenne es halt so weil ich sehe schon ein bisschen schmilzt sie schon aber das wasser köchelt noch nicht mal schon 21 minuten danke seh das heute leider nicht tut er auch schon wieder ja passt und emiron bittici oder wie auch immer es tut mir leid schönen guten abend schönen guten abend am bash boss die torte mache ich für die melini so heißt sie auf youtube weil die hatte die hat sich es gewünscht die torte weil sie vor eine wochen oder vor zwei wochen geburtstag hatte und da hat sie gesagt sie hätte gerne den cheese cake und ja deswegen machen wir den heute es dampft ein bisschen ja also das wasser kocht noch nicht keine sorge und robin ich habe keine ahnung wie viele kalorien das hat du findest die zutatenliste in der beschreibung du könntest ausrechnen aber es spielt eigentlich auch keine rolle oder weil wir schauen jetzt nicht auf die kalorien hauptsache es schmeckt alles andere ist mir egal und luis schweiger schönen guten abend am leo du musst schauen wenn du glaubst du hängst zurück dominik unten ich glaube neben der lautstärke auf youtube wo du es einstellen kannst steht ja live und da muss da muss der rote punkt leuchten dann bist du auf dem neuesten stand wenn also dann bist du jetzt gerade auf dem neuesten bild wenn da der rote punkt nicht leuchtet musst du auf live drücken und dann bist du wieder ganz vorne mit dabei body mods schönen guten abend und dominik nein heute kommt kein assassin's creed weil ich war gestern so mit den gedanken irgendwo dass ich nichts mehr tun konnte den ganzen abend und ich auch nicht geschlafen bin also ich habe gestern eigentlich durch gemacht und und ich muss noch das ganze video für morgen schneiden was bedeutet ich muss auch heute wahrscheinlich durch machen und deshalb gibt es heute kein assassin's creed vielleicht morgen ich muss schauen aber morgen vielleicht werde ich eher schlafen deshalb vielleicht auch erst am freitag das erste mal wieder so ich schalte ein bisschen runter das ist nicht zu sehr dampft schokolade braucht noch ein bisschen unten schmilzt sie schon aber die oberen teile braun noch luis schweiger herzliche grüße und der stream sollte gehen kamen also bei mir hängt es nicht jetzt gerade und sophia schönen guten abend auch wenn du nicht lange bleiben kannst es ist einfach schön dass du trotzdem vorbei schaust aber princess also das habe ich ja anders gehört also meine mutter hat gesagt das ist grundsätzlich nicht so schlimm ob der jetzt berührt oder nicht aber er berührt ihn ein bisschen also ganz wenig aber ich glaube das wird jetzt nicht so einen großen unterschied machen oder weil es geht ja darum dass der behälter warm wird und das dann aufkocht ich glaube ich habe ein bisschen zu wenig warm eingeschalten wieder aber der elektro hat ist halt immer komisch da geht immer so ein aus und dann dauert das alles also die unterste schicht ist schon ganz gut aber die obere dauert ein bisschen dann 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 nicht nein koffein kommt nicht in den kuchen koffein kommt nicht in den kuchen aber wie gesagt ja selina wahrscheinlich bist du schon wieder auf dass du am morgen also wie gesagt heute wird so nicht gezockt weil ich weiß ja selber nicht ob ich überhaupt durch machen kann oder ob ich es überhaupt schafft bis morgen das video weil ich bin eigentlich echt hundemüde ich habe jetzt davor auch eine powernap eingelegt dass es irgendwie klappt nur ja also ich konnte gestern nichts mehr tun ich konnte nicht einschlafen ich bin von den gedanken nicht mehr weggekommen und es war echt der horror und ich bin heute auch nicht dazu gekommen am nachmittag oder am vormittag irgendwas zu tun und ja deshalb muss ich jetzt ein ganzes video machen über nacht und und keine sorge princess ich verbrenne mich nicht und schauen wir immer mal wieder rein weil es ist komisch wie gesagt der elektrohärte schaltet sich manchmal aus dann schaltet er sich wieder ein wenn er merkt die hitze hat er nicht mehr und so und dann dauert das alles immer so ewig lang bis die schokolade geschmolzen ist also es wird es braucht aber noch immer ein bisschen eine halbe tafel ist noch nicht mehr weich und jonas schweiger herzliche grüße so was habe ich hier verpasst oh das ja ja so schön langsam wird es jetzt dann ja donit wir werden sehen grundsätzlich möchte ich es einhalten mit dem video morgen weil ja ich möchte nicht nachlässig werden und ich bin es ja jetzt schon gewohnt ich habe die letzten drei wochen jeden mittwoch auf donnerstag durchgemacht und war immer 40 stunden wach sozusagen ungefähr also es ist schon standard geworden es ist auch montag so dass ich immer erst irgendwann um vier uhr halb fünf fertig werde weil es geht sich einfach zeitlich nicht anders aus ja ich komme oder ich werde sonst nicht fertig es ist bei mir immer ein kopf an oder ein echt knappes rennen so ich schaue noch aber wir sind jetzt durch sehr gut so die schokolade ist fertig die muss ich aber jetzt vorne hinstellen weil ich habe hier nichts was das auskommt ok weil auf dem rezept steht die soll ungefähr 20 minuten einfach ein bisschen abkühlen deshalb vorne hinstellen und abkühlen lassen also 20 minuten solange wir halt den rest machen in meinem fall weil in meinem fall weil so lange dauert es eh bis wir alles haben schneller bin ich nicht ja Sophia das kann ich mir gut vorstellen es hat irgendwie seine vorteile dass ihr über alles abstimmt aber auch seine nachteile weil es schon wenn es viele abstimmungen gibt echt nervig sein kann aber ok das ist halt bei euch so so zu sagen und ja es gibt positives und negatives dran ja Donate das ist ein gutes Mittagessen oder 6000 Kalorien für den Kuchen gut wir machen jetzt sozusagen die Creme aus Mascarpone Frischkäse der Sahne und wir brauchen dazu auch unsere Blaubeeren das ganze kommt einfach mit der Waage die brauchen wir auch ich mach das wieder anders ich mach das wieder so kommt einfach zusammen also die drei Sachen mal das wird dann mehrere Minuten cremig geschlagen danach kommt die Schokolade dazu und das gut unterrühren und danach kommen die Blaubeeren dazu und ja wir schauen einfach mal 200 Gramm Frischkäse brauchen wir wir auf alle Fälle jetzt muss ich kurz lesen ja aber Sophia vor den Wahlen ist immer alles voll oder das ist nie irgendwo anders das muss man halt auch sagen das ist ja das ist jetzt egal wo das war bei uns auch so wir hatten jetzt ja Nationalratswahl und da war auch alles voll und im boah ist jetzt peinlich wenn ich es nicht genau weiß aber im November also ich weiß es nicht genau aber im November haben wir auch bundes ah nicht bundesweite sondern bundeslandwahlen sprich für die Steiermark und da kommt jetzt dann auch nochmal alles voll mit Plakaten von den Leuten und wir brauchen 200 Gramm Frischkäse ich habe hier 260 nicht mit dem Finger nicht mit dem Finger sonst kann ich wieder die ganze Zeit Hände waschen gehen wie letztes Mal da drauf legen ist noch besser so 202 Gramm das passt so alles rein damit es wird nichts verschwendet so und genau für das brauche ich eigentlich nicht weil den Wäschel verwenden wir eh nicht mehr gut dann brauchen wir noch ja ihr könnt gerne alle liken wenn ihr wollt aber es ist kein Muss ihr müsst das nicht machen ich bin schon zufrieden damit dass ihr alle zuseht die die dabei sind ich bin euch dankbar dafür macht ja auch immer Spaß mit euch außer gestern wenn es so ernste Themen sind das hat dann die ganze Challenge vor das tut mir heute übrigens noch leid weil wie wir das Thema angesprochen haben habe ich eigentlich gewusst die Challenge ist gelaufen für mich also da hatte ich dann einfach keine Lust mehr zu essen ich habe dann noch versucht einigermaßen was zu machen aber ja hat leider nicht funktioniert tut mir leid aber so sind die zu Ehren gekommen die getippt haben dass ich es mal nicht schaffe gut Mascarpone brauchen wir 250 Gramm alles rein damit alles rein damit alles rein damit ja gut nicht alles aber die Hälfte von dem ganzen Bäcker wir wollen es ja nicht übertreiben wir wollen es ja nicht übertreiben passt kommt raus ich habe jetzt 254 das passt so das passt so lieber ein bisschen mehr als zu wenig und dann brauchen wir noch den Sauerrahm und davon kommen 200 Gramm rein und der Becher hat natürlich auch wieder 250 und ich habe keinen großen Löffel mehr nicht alles auf einmal mal schauen 160 189 203 optimal hätten wir hier Sarah schönen guten Abend gut und jetzt müssen wir das Ganze umrühren und dazu haben wir einen neuen Mixer der alte ist jetzt endgültig kaputt wir haben einen neuen und das heißt wir haben zwei Mixstäbe zwei Mixstäbe ... so neiiiin und das legt nicht aus ich muss da natürlich wieder Anstoßen komm schon und du mir den gefallen. Ja, danke. Der ist ziemlich kurz. Der ist nicht so scharf. Hat er keine Power-Funktion? Schaut nicht raus. Warum ist der so schwach? Da kommt mir ziemlich schwach vor. Aber das ist doch... Warte mal. Manuell. Das kommt mir echt schwach vor irgendwie. Ah. Wem wollt ihr ignorieren? Nein, es hängt nicht an. Normalerweise nicht von mir. Sarah, ich hoffe auch, dass der Kuchen klappt. Ich bin davon überzeugt, sagen wir so. Aber das ist halt sehr, sehr fach. Ja. Wer ist Hans Jörg? Ach so, du meinst Namen. Okay. Das ist ein guter Name. Das ist ein guter Name. Den nehmen wir. Nur wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum ich den Minuten lang cremig rühren soll. Also... Das darf ich ewig nicht bekannt, Sjörg. das darf ich nicht. Vor allem sieht es immer gleich aus. Ja... Killer Enter, der kommt gar nicht in den Ofen. Wenn ich schon mal schreie, 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 schreie. So. Wenn du das sagst, Prinzess, dann mixen wir da mehrere Minuten. Dann mixen wir mehrere Minuten. Dann mixen wir das. Dann mixen wir das. Ja, okay. Ja, dann dauert es halt, wir haben Geduld, Princess, wir haben Geduld. Oder ich hoffe, ihr habt Geduld. Ihr habt Geduld, Frau Offenheim. Ja, für Menini da ist es recht. Heute gibt es kein Sportprogramm mehr. Ja, ich bewege einfach den ganzen Körper mit und dann passt es. Danke, danke. Erich, moin. Erich, moin. Sarah, ciao. Ciao, ciao. Schön, dass du auch noch kurz da warst. Wie lange dauert das noch? Weiß das wer? Weil es sieht ja immer gleich aus. Also, ich hab keine Ahnung. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, das passt schon. Gut. Wenn ihr das sagt, ich vertraue euch, ich hätte nach einer Minute schon aufgehört. Weil es sieht jetzt noch immer gleich aus. So wie vorher. Ich merk keinen Unterschied. Keinen einzigen. Vielleicht schreibt er das, aber die Princess hat es eh schon erklärt. Aber vielleicht wollen sie einen auch nur immer verarschen. Man weiß es ja nicht. So, da ist ein Handtuch. Ich hab die Maus ein bisschen angepatzt und Fred fliegt auch gleich drauf. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Gut. Ich hab gesagt... Die weiße Schokolade... Achso, ich brauch die hier noch. Oh, echt im Kopf. Die weiße Schokolade hat jetzt eh schon ziemlich gut abgekühlt. Das heißt, wir holen die, mixen die drunter. Und danach kommen dann die Blaubeeren dazu. Aber zuerst weiße Schokolade. So. Ähm. So. So. Ich hab nur den einen. Und wir brauchen den dann danach auch noch. Aber das ist eh egal. Das klappt schon. Oh. Ablecki. Der schläft irgendwo anders. Also er schläft heute nicht hier. Keine Ahnung. So. 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 Alles schön raus. So. Und dann heben wir das langsam. Ich hoffe die Geschwindigkeit passt so. Also ich mach das jetzt nicht wirklich zum Spaß so langsam sondern... Ich hoffe so langsam weil... Das nehm ich dann schon ehrlich zu sein. Vielen Dank. 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 Das ist ordentlich. Da wird da nicht gespart. Ja, Mandy, heute... Also, ich nehme das gute Mahlzeit nicht für später, sondern für morgen. Und soll ich da jetzt Zitrone reingeben? Und soll ich da jetzt Zitrone reingeben? Ich weiß nicht. Soll ich das machen? Mandy, tschüss, ciao. Schönen Abend noch, schlaf gut. Wir sehen und hören uns. Carmen, warum soll ich nicht, warum soll ich nicht Blaubeeren sagen? Sagt ihr Heidelbeeren? Sagt ihr Heidelbeeren? Ich sage immer Blaubeeren. Immer schon. Ja, einen Spritzer Zitrone. Was? 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 Soll ich Zitronensaft reingeben oder eine geriebene Zitrone? Nick Emper, schönen guten Abend. Ähm, wie soll ich jetzt reingeben? Ja, Miri, geriebene Zitronenschale oder? Georg, Paul gerieben, Saft, ja, da, 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 da. So. Nein, also Melini, wir sagen immer, also ich sage immer Blaubeeren. Ja, beides. Ihr schreibt jetzt Saftgrieben. Ich warte jetzt mal. Was schreibt Donit oder Miri? Saft. Okay, Donit schreibt Saft. Dann machen wir Saft. Miri schreibt beides. Wir machen Saft. Wir machen Saft. Ich habe leider kein anderes Messer, aber es tut auch das. Aber nur ein bisschen, meint ihr. Ich kann trotzdem alles ausdrücken, weil ich gebe es dann einfach in mein Wasser. Und was heißt ein bisschen Saft? Oh, Shiva geht schlafen. Dann gute Nacht, Shiva. Und hast du noch immer Kopfschmerzen? Oder was? Weil jeder schreibt gute Besserung. Okay, Hanna, nur wenn es erhitzt wird, eine Schale. Okay, das ist, was du schnippst. Okay, okay, okay. So. Ja, halbe Zitrone. Soll ich die ganze halbe Zitrone reingeben? Das ist schon viel. Das ist schon viel. Jetzt schreibt wieder jeder halbe Reicht. Aber ich bin mir da nicht... Mach ich mir da nicht... Nur ein Spritzer. Okay, nur ein bisschen. Ganz vorsichtig. So, das war nur ein Spritzer. War nur ganz wenig. War nur ganz wenig. Ich hoffe nicht zu wenig. Ich werde dann am Löffel kosten. Da dran. Dann werden wir sehen. Dann werden wir sehen, wie es ist. So, noch ein bisschen umrühren. Sehr schön. Die Bräume dann... Die könnten wir noch hier behalten. Das brauchen wir. Ich muss mal kurz testen. Ja, die weiße Schokolade schmeckt gut. Also die schmeckt schon mal gut. Die habe ich gut hinbekommen. Und jetzt hole ich unsere Form wieder. Die ist auch schon gut hart geworden. Nur... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das alles da reinbringen. Aber wir werden einfach schauen. Ja, doch. Geht sich aus. Geht sich aus. Geht sich sehr genau aus. Weil ich glaube, wir haben nämlich keine 26 cm Form hier oder was da oben steht, was es haben sollte, sondern eine kleinere. Aber das geht sich perfekt aus. So, schön verstreichen. Schön glatt machen. Ich muss sagen, ich werde keine Blaubeeren. Oder... Doch, ich gebe sie am Rand außen noch dazu. Auch wenn sie wahrscheinlich eh einsinken werden. Aber es stecken die Blaubeeren halt auch schon ziemlich gut raus. Es sind echt sehr, sehr viele Blaubeeren. Muss man sagen. Aber gehen wir oben noch außen zu den kleinen Ringen. Mal schauen. Etwas größer ansetzen, denn... Keine Ahnung. Wie gut sich das ausgeht. So, das ist noch eine große. Daher auch noch. Und da hier auch noch. Und in der Mitte mache ich einen kleinen Ring. Ungefähr in der Mitte. So. Perfekt. Und jetzt hätte ich noch zwei. Aber die passen nicht mehr. Hier esse ich so. Sehr schön. Damit hätten wir es. Oh. Achtung. Ich muss das noch ein bisschen verschweigen. Ja. Ja. Ihr könnt es jetzt nicht ganz so gut sehen. Aber so sieht es ungefähr aus. Das kommt jetzt in den Ofen. Ah, in den Ofen. Entschuldigung. Nicht in den Ofen, sondern in den Kühlschrank. Und ich gebe auch gleich Butter und alles noch schnell rein. Damit das nicht so lange heraßen steht. Und. Das war's schon. Das war's. Schmeckt gut. Das war der Cheesecake. Jetzt heißt es nur noch abwarten. Wie er morgen dann schmeckt. Aber. Er schmeckt jetzt schon mal gut. Ich will ja nichts übrig lassen. Deshalb zur Sicherheit mache ich das mal schnell sauber. Ja, wir werden immer schneller. Hanna, schönen Abend noch. Danke, dass du dabei warst und viel Spaß beim Lernen. Hol alles raus. Wir wollen dann nächste Woche hören, dass es eine Eins geworden ist. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich werde eine Bäckerei aufmachen. Ich glaube, ich werde eine Bäckerei aufmachen. In naher Zukunft. Hm. Ja, Princess. Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen quatschen können wir schon noch. Das ist kein Problem. Weil wir das gestern nicht gemacht haben. Aber. Allzu lange werden wir heute nicht mehr machen, weil, ja. Wie gesagt, ich habe wenig Schlaf bekommen. Ich muss noch das ganze Video schneiden. Und. Damit ich vielleicht noch ein bisschen Hoffnung drauf habe, dass ich doch ein bisschen Schlaf bekomme. Heute Nacht. Werde ich mich da irgendwo oder irgendwie so schnell es geht ran setzen. Und dann werden wir morgen oder ja, ich glaube, morgen ähm zocken. Ach, Killer Ente. Wie lange dauert es denn mit Discord? Wie lange dauert es denn? Alles zusammen. Was wir machen müssen. Dauert es eine halbe Stunde, Stunde oder nur ganz kurz. Und kunterbunt, schön, dass du dabei bist und auch herzliche Grüße an dich. Schön, dass du neu dabei bist, sagen wir so. Zehn Minuten. Ja, dann machen wir es dann schnell. Dann machen wir es nachher schnell. Keine Ahnung, schreibst du mich auch über den Discord an oder irgendwie so oder wie du das machen wirst? Ich weiß es nicht. Tag einfach wie es geht. und was auch immer. Und dann machen wir es. Dann nachher. Am Robin pro Minute, die das Video dauert, brauche ich eine Stunde bis anderthalb. In der Regel. Nur fürs Schneiden. Thumbnail dauert dann auch nochmal eine halbe Stunde bis Stunde. Ungefähr. Das heißt, ich brauche halt pro Video nur fürs Schneiden immer so zehn bis 15 Stunden. Vielleicht ein bisschen mehr. Killer Ente, die habe ich schon angenommen normalerweise. Muss ich mal ganz kurz nachschauen. Das ist jetzt sehr, sehr gut. Man macht das immer so, aber warte mal. Wenn ich hier also du bist bei mir unter Freunde drinnen. Ja, Selina, das kommt gut hin. Die letzten Male, die letzten zwei Wochen, wie ich durchgemacht habe, war ich immer erst so um die Mittagszeit fertig mit dem Video schneiden. Obwohl ich durchgemacht habe. Boah, Dennis. Also, wir haben es letztens mal kurz im Livestream also ausgerechnet, was ich in YouTube investiere. Und ich habe es mir dann auch nochmal selbst ausgerechnet. Ich investiere in YouTube derzeit 50 Stunden aufwärts. Also so 50 bis 60 Stunden in der Woche. Mit Nachrichten beantworten, mit Livestreams, mit Videos schneiden, mit Video machen. Komme ich da auf 50 bis 60 Stunden. Und zu Hause ist es je nachdem. Aber ich komme in der Woche wahrscheinlich so auf 90 bis 100 Stunden. Würde ich jetzt mal schätzen. Und dann möchte ich nebenbei natürlich auch noch hin und wieder ein bisschen Sport machen. Und so. Also mein Tag ist immer gut eingeteilt. Und das Problem ist halt, wenn ich mir irgendwas zusätzlich vornehme, dann leidet der Schlaf drunter. Also ich komme derzeit auf vier bis fünf Stunden Schlaf täglich. Im Schnitt. Und das Schlimme ist, an euren Designs habe ich es trotzdem nie, also habe ich es die letzten zwei Wochen gar nicht geschafft zu arbeiten. Das ist das andere Problem noch. Das müsste ich noch zusätzlich machen. Da muss ich erst die Zeit wieder finden. Und Robin, ja, ich schaffe den Ausgleich dadurch, dass ich es gern mache. Ja, beides. Durch das ist es für mich eher weniger weniger Arbeit, sondern mehr Vergnügen, ja. Würde ich es nicht gern machen, dann würde ich es nicht schaffen, weil also es gibt Tage, einmal die Woche brauche ich so einen Schlaf von acht bis zehn Stunden. Der ist meistens von Freitag auf Samstag, weil meistens mache ich von Mittwoch bis Donnerstag immer durch. Und ja, dann schlafe ich meistens von Freitag auf Samstag so zehn Stunden, damit ich ein bisschen den Schlaf reinkriege. Und sonst schlafe ich immer vier bis fünf Stunden. Und von Sonntag auf Montag, wenn auch ein Video kommt, schlafe ich auch nur so zwei Stunden maximal. Und kunterbunt, also die geschnittenen Videos kommen immer Montag und Donnerstag um 16.30 Uhr und Livestreams sind immer Dienstag, Mittwoch und Samstag fix. Dienstags ist immer abwechselnd, manchmal eine Challenge, manchmal ein Kochstream. So wie gestern war um 19 Uhr eine Challenge, heute um 19 Uhr der Kochstream. Samstags ist immer zocken, also ab 8 Uhr oder 9 Uhr irgendwann in der Zeit. Und ja, wie gesagt, diese Woche wird morgen zocken sein und heute nicht, weil ich das Video schneiden möchte. Und ja, so sieht's aus vom Streamen und Filmen. Also Video hochladen. Ja, und Selina, also ich bin das gewohnt, ich schlafe in der Regel immer nur oder seit Jahren nur sechs Stunden maximal am Tag. Meistens. das ist nicht das Problem. Ein Problem ist es immer nur dann, wenn ich irgendwas zusätzlich machen muss, irgendwas Ungeplantes, was dann so ein paar Stunden dauert, wenn irgendwas zum Beispiel kaputt wird oder irgendwie so zu Hause und dann gibt's zusätzlich Arbeit oder ich treffe irgendwen oder ich muss, da gibt's eine Veranstaltung und da wär's dann gut, okay, weil wir Bauern sind, dann mal vorbeischauen oder so oder mein Vater möchte vorbeischauen und das ist dann, dann wird's zusätzlich anstrengend, weil das sind dann oft ein paar Stunden, die ich so nicht ausgleichen kann. Da muss ich dann wieder weniger schlafen. Und ich grüße wie in jedem Livestream natürlich den Atom. Herzliche Grüße. Ah. Ja, genau. Oh, wer hat das geschrieben? Demingirl. Ja, der Kuchen ist schon fertig. Und Ah, Selina. Jein. Jein. Ich muss da noch ein bisschen schauen. Carmen, ich weiß nicht, ob es Atom überhaupt gibt. Ich weiß es nicht. Weil, ja, vielleicht ist es nur ein Spaß, keine Ahnung. Weil letztes Mal haben sich zwei Atans gemeldet. Aber ich mach den Spaß mit. Für mich ist es kein Problem. Ja, backen macht echt Spaß. Aber das Problem ist, da muss ich dann immer warten. Ja, beim Apfelkuchen mussten wir nicht warten. Aber so wie heute, jetzt muss das ganze Ding noch drei Stunden im Kühlschrank stehen. Und das heißt, ich werde den heute vielleicht nicht mehr essen. Sondern das morgen. Und das ist schade. da wäre es cooler, wenn wir den jetzt gleich essen könnten. Aber ich werde es überleben. Ich werde es überleben. Ah, Robin, also ich habe heute gut gegessen. Ich habe so eigentlich keinen Hunger mehr. Ich hätte Lust auf den Kuchen, aber Hunger habe ich keinen. da mache ich mir ich also es ist ja so, wenn ich weiß, okay, heute backe ich zum Beispiel oder koche ich, es kommt drauf an, wenn wir was kochen und ich weiß, okay, das esse ich dann, dann schaue ich so über den Tag, dass ich nicht zu viel esse, dass ich mir am Abend da gut gönnen kann. Ja, da schaue ich ein bisschen drauf dann. Obwohl auch nicht immer eigentlich, aber manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Je nachdem, wenn ich viel Hunger habe über den Tag, dann haue ich mir halt den Bauch voll und wenn wir dann am Abend auch noch kochen, dann esse ich halt zusätzlich noch was. Dann esse ich mal gegen mein natürliches Wohlbefinden und ich esse dann auch, wenn ich keinen Hunger habe. aber das geht dann schon und ja, sonst in der Regel beiße ich ein bisschen durch, lasse mich ein bisschen hungern, so die letzten zwei, drei Stunden vor dem Stream und esse dann hier nochmal ein bisschen. Aber das schaffe ich selten. Meistens habe ich mir immer vorher den Bauch voll bei einem Koch-Stream. Ja, moin moin, wie die Mandy schon geschrieben hat, der Kuchen ist fertig und Fabian, er ist nicht im Ofen. Er ist im Kühlschrank für drei Stunden. Wir werden den heute nicht kunterbunt, und vielen Dank, vielen Dank. Und du kannst, du musst dir nichts Spezielles überlegen, du kannst mich einfach irgendwas fragen, das geht auch. Robin, nein, man kann die Zeitspanne der Kamera so nicht verlängern. Also ich habe das mal gegoogelt, das geht so nicht, man könnte nur irgendein ge-cracktes Programm drauf spielen, aber dann kann es halt auch sein, dass die Kamera auch irgendwelche Schäden davon trägt, deshalb das mache ich nicht. Die Kamera hat über 3000 Euro gekostet, da spiele ich kein Programm drauf, was nicht vom Hersteller ist oder dafür geeignet ist. Da gehe ich kein Risiko ein, denn ich habe mir das auch erklären lassen, die Kamera läuft deswegen nicht durchgehend 2-3 Stunden, damit die Dateien nicht zu groß werden zum Videoschneiden. Ja, das ist einfach so eingebaut oder einprogrammiert, dass sich die immer abstellt. Und sie stellt sich normalerweise immer erst nach 30 Minuten ab, aber ich gehe halt bei den Challenges bis zum Beispiel immer auf Nummer sicher nach 20 Minuten, dass ich da nicht zu knapp dran bin, weil, ja, was ist, wenn ich dann vergesse oder wenn dann irgendwie nicht mehr gefilmt wird und dann ist das nicht drauf. Deshalb mache ich es immer auf 20 Minuten. Aber hier, wie gesagt, es könnten ungefähr bis 30 Minuten haben wir immer Zeit und dann schaltet sie sich aus. beziehungsweise hier hätten wir eh das Bild, weil ich übertrage ja nicht direkt das, was aufgenommen wird, sondern ich übertrage den Bildschirm von der Kamera. Ja, das kann ich so über HDMI-Kabel übertragen beziehungsweise ich weiß nicht, wie ich es umstellen könnte. Ich habe mich darum nicht gekümmert, ob das geht oder irgendwas, aber ich glaube nicht. Deshalb, dann wäre einfach nur der Fokus komplett weg. Wenn ich es nur filmen würde, wäre es schwarz, aber ihr würdet sehen, weil es auf dem Bildschirm trotzdem noch da wäre. Und Tim, ja, wir haben heute ohne dich angefangen, weil wir haben schon um sieben Uhr begonnen. Wir haben um sieben Uhr schon begonnen. Oh, Kunterbund, dann freut es mich, dass ich der Erste bin. Yes. Aber ich mache das gerne. Ich grüße dich gerne. Und Zuzu Game, gute Nacht, schlaf gut, wir sehen und hören uns. Und schön, dass du dabei warst. Ja, Mandy, es ist gut, weil ich habe am Bildschirm mehrere Fenster offen, damit ich den Chat und so auch sehe. Und ich sehe dann nicht immer, wo die Kamera ist. Ich muss das Fenster vom Streaming-Programm dann immer verschieben und dann weiß ich nicht genau, bei welcher Zeit die Kamera gerade steht. Deshalb, es ist gut, wenn ihr das immer schreibt und ich bin da dankbar dafür. Das erspart mir Stress. Also, wenn ihr es nicht schreiben würdet, irgendwann würde ich es merken, dass der Fokus weg ist und ihr einfach nur mehr ein unscharfes Bild hättet. Ja, Robin, es dient nicht dazu, weniger schneiden zu müssen, sondern, ich sage so, es entlastet auch den PC beim Arbeiten, denn, wenn du eine 20-Minuten-Datei auf dem PC spielst und das abspielst und schneiden möchtest, dann kommt er mit dem Rendern viel leichter klar, als wie wenn du ihm eine 1-Stunden-Datei hinklatscht und er das alles rendern muss und du da dann rausschneidest gewisse Teile und das ist, wie gesagt, das ist für den Computer anstrengend, weil eine 1-Stunden-Datei hat dann halt, weiß ich nicht, wie viele Gigabyte und eine 20-Minuten-Datei hat dann mal weniger Gigabyte, dann schneidest du die zusammen, machst die fertig, dann fügst du die nächste 20-Minuten-Datei ein und so weiter und so fort. Dann ist der Computer nicht so ausgelastet und du kommst mit dem Schneiden besser zurecht. Das ist auch sehr gut, weil mein Laptop ist jetzt auch schon 6 Jahre alt ungefähr, glaube ich. Ungefähr? Ich kann es nicht genau sagen. Oder, nein, 4 Jahre. Ich glaube, 2,15. Und der ist nicht mehr der neueste, der arbeitet schon auch ein bisschen langsamer und der ist, wenn ich eine 20-Minuten-Datei reingebe, dann muss ich die mal komplett durchrendern lassen und kann die nicht sofort bearbeiten, weil er einfach überlastet ist ein bisschen. Ah, und Leo, es freut mich, dass ich der zweite YouTuber bin, der dich gegrüßt hat. Immerhin, noch auf dem Stockerl. Und Laura, schönen guten Abend. Kunterbund, ich habe ein Macbook. Ich habe ein Macbook. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich glaube, von 2,15, wenn ich mich nicht täusche. Kann gut sein. Ja, Leo, der Kuchen kommt auf Instagram. Der Kuchen kommt auf Instagram. Also so kann ich ihn euch schwer zeigen, weil der wird dann so zu Mittag wahrscheinlich verköstigt werden und dann wird er sich gegönnt. Carmen, schlaf gut, schön, dass du dabei warst und wir sehen und hören uns und ja, noch eine schöne Restwoche. Morgen einen schönen Tag. Hoffentlich ist er nicht so anstrengend wie der heutige und ja, ciao, ciao. Und lafi, 22, schönen guten Abend. Ja, genau, die Insta-Story. Die Insta-Story, Leo. Bild, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Bild nur, wenn er wirklich wunderbar aussieht. So wie hingemeißelt. Ja, als ob ich so die ganze Nacht dran gearbeitet hätte mit einem Meißel und ja. Und Luis Schweiger, schönen guten Abend. Pascal, schönen guten Abend. dann wird's wie gesagt ein Bild auch geben. Aber mal schauen. Gut, dass du noch bleibst, Kunterbund. Aber wir werden auch wie gesagt wir machen maximal noch bis halb neun. Heute ist ein bisschen kürzer, eine halbe Stunde kürzer als sonst, aber wir waren jetzt mit dem Backen echt schnell fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass das in einer Stunde klappt. Aber wir machen ja anscheinend anscheinend Fortschritte. Und Pascal, der kommt nicht in den Ofen. Der steht im Kühlschrank für drei Stunden. Das heißt, den bekommst du heute leider nicht zu sehen. Den gibt's morgen auf Instagram, wie wir vorher schon geschrieben haben. Der Titel ist ja eigentlich falsch. Warum? Ja, soll ich ihn weiße Schokolade Cheesecake nennen? Das hört sich blöd an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe ihn so genannt. Und die Ferrero Challenge heißt Gib mir die Kugel Challenge, Selina. Gib mir die Kugel. Wird sie heißen. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann nächste Woche auch ins Thumbnail reinschreibe oder ob ich da Ferrero Challenge oder 100 Ferrero Kugeln reinschreibe oder so, aber grundsätzlich heißt sie Gib mir die Kugel. Ihr seid auf dem Discord. Killerhinde. Da muss ich mal schauen. Moin, ja, beitreten. Ich bin dabei. Wir haben den Discord. Ich bin dabei. Ich bin auf dem Server. Wir müssen dann nur alles einstellen oder was auch immer. Am Bash Boss, ja, das nächste Mal wird gezockt. Also, wenn du meinst bezüglich Kochen, oder was meinst du? Also, ja, Robin, aber soll ich schreiben, wir kochen einen Cheesecake tun wir auch nicht. Was schreiben wir? Soll ich einfach nur wir machen einen Cheesecake? Keine Ahnung. Steel Mitch, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, kann irgendwer den Link für den Discord reingeben? Wir müssen dann schauen, wegen einstellen und alles. Nein, Mitch, heute leider kein Zocken. Wir werden das morgen oder übermorgen nachholen, weil, ja, gestern konnte ich nichts, konnte ich nichts mehr tun nach dem Livestream. Ich war mit den Gedanken ganz wo anders und deshalb muss ich heute wieder die Nacht zum Tag machen und ein komplettes Video für morgens 16.30 Uhr raushauen. Deshalb morgen wahrscheinlich. Morgen wahrscheinlich. Ich habe Mitch von gestern auf heute eigentlich nicht geschlafen und deshalb, ja, ich muss schauen. Ich bin, ich hoffe einfach, dass ich es irgendwie schaffe, ein bisschen Schlaf morgen reinzubekommen in der Früh und dass ich dann bereit bin, morgen Abend zu zocken. So, Selina, unsere Expertin hat den Discord-Server. Schankedön. Hast du das jetzt mit Absicht falsch geschrieben? Mitch, den Magen überhaupt kein Problem. Also, da warst du nichts. Das habe ich alles gut vertragen. Wie gesagt, ich habe mich ja gestern so auch nicht richtig voll gegessen. es war halt wirklich nur, wie wir das Thema angesprochen hatten, war es eigentlich vorbei mit der Challenge. Weil ich habe so gemerkt, so irgendwann, es kam so kurz nachdem wir mit dem Thema begonnen haben, ich habe es mir im Livestream nicht angesehen, aber ich hatte da, das habe ich im Stream gestern gemerkt, habe ich einmal tief durchatmen müssen, so und da habe ich so richtig gemerkt, wie ich innerlich so zusammengeknickt bin und da war dann die ganze Spannung und alles gestern weg und da habe ich gewusst, okay, das war es jetzt. Das Thema, wie gesagt, das Thema Tod geht mir halt, bei dem Thema bin ich halt emotional und da ist es dann vorbei gewesen. Das Thema, wenn wir es heute gehabt hätten, wäre es kein Problem, aber ja, ähm, gestern war ein dummer Zufall, sozusagen, hat sich halt ergeben, ich finde es nicht schlimm, dass es sich ergeben hat, aber dadurch war halt die Challenge beeinträchtigt. Es tut mir, ich habe es vorher auch gesagt, wie gesagt, eigentlich auch leid, weil ihr habt jetzt alle eine Zeit getippt und im Endeffekt habt ihr nichts vermasselt, sondern ähm, ja, hab es ich diesmal vermasselt, also so richtig, denn, ja, aber es haben ja trotzdem gibt es dann so ein paar glückliche Gewinner und ähm, die getippt haben, ein paar gab es ja, die nicht an mich geglaubt haben, ja, wieder und die haben dafür gewonnen, aber ich muss noch schauen, wer das genau war, das weiß ich jetzt nicht und das ist nicht gut, wenn du Kopfschmerzen hast und Sarah, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Video einen Tag später kommt, werde ich es euch auch sagen, aber wenn ich es nicht schaffen sollte, das Video zu schneiden, dann wäre ich einfach nur froh, wenn ich heute um 10 Uhr schlafen gehen kann, wenn ich merke, es geht nicht, anstatt mich durchs Zocken sozusagen ein bisschen zu quälen, also ich würde lieber schlafen als zu zocken heute, weil, wie gesagt, im Endeffekt, ich habe von gestern auf heute durchgemacht, wenn ich jetzt die Nacht auch noch durchmache, dann bin ich sozusagen, ja, keine Ahnung, über 50 Stunden wach, weil dann gehe ich morgen auch erst am Abend schlafen wieder, weil über den Tag habe ich genug zu tun und ja, dann bin ich fast drei Tage wach wahrscheinlich und das ist dann schon anstrengend, das ist dann sehr anstrengend, letzte Woche oder die letzten zwei Wochen war ich auch immer gut 40 Stunden wach, von Mittwoch auf Donnerstag und ja, ich werde schon ein bisschen gewöhnt irgendwo, aber es soll irgendwie eigentlich, oder es sollte nicht sein, dass ich so lange wach bin. Pascal, ich war bei Stück Nummer, ich glaube 28 dann, also zwei haben wir übrig gelassen zum Schluss, aber wie gesagt, ich habe für die letzten, ich habe glaube ich 10 Minuten pro Tasche nachher gegessen, nur mehr zum Schluss, wie wir beim Thema Tod waren, weil da habe ich mal ganz kurz nachgesehen, gestern im Livestream, ich glaube wir hatten 21 Taschen hatten wir nach 60 Minuten und 25 Taschen dann nach 100 Minuten oder so, keine Ahnung, also es war einfach vorbei mit dem Thema. Ja, ja Princess doch, ich habe schon ein bisschen vermasselt und SteelMatch und Discord ist einfach was, so wie wenn wir eine WhatsApp Gruppe hätten oder so, nur dass wir da auch, okay, ja doch, ich glaube wir könnten da auch so sprechen, also live miteinander sprechen, wenn ich mich nicht täusche und ja, also über Kopfhörer sprechen und alles mögliche und schreiben und so und Video-Chatten und was weiß ich, das alles glaube ich. Und Bash Boss als nächstes beim Kochen, grundsätzlich, wenn niemand, wenn so keine Einwände hätte oder wenn jemand Geburtstag hat, der kann sich natürlich was wünschen, also ihr könnt euch so auch immer was wünschen, aber geplant hätte ich die Subway-Cookies. Das haben sich nämlich, wie wir, wie ich die Subway-Challenge gemacht habe, haben sich viele gesagt, haben mich viele gefragt, ob ich die Cookies nicht mal selber im Koch-Stream machen könnte und ich habe dann auch ein Rezept dazu bekommen und ich hätte geplant, dass wir nächste Woche dann die Subway-Cookies backen. Die müssen wirklich gebacken werden, die kommen in den Ofen. Außer, wie gesagt, ihr hättet irgendwelche anderen Wünsche, aber sonst wären es die Subway-Cookies. Ah, ja, Sarah, wie gesagt, also ich werde ganz bestimmt beginnen, das Video zu schneiden, heute jetzt dann. Wenn ich zu müde werde und nicht in den Flow reinkomme, dann werde ich aufhören, dann werde ich schlafen gehen und dann wird es wahrscheinlich morgen kein Video geben. Wenn ich in den Flow reinkomme, wovon ich aber ausgehe, muss ich sagen, weil ich komme beim Videoschneiden immer so in den Flow rein und dann schneide ich einfach sechs Stunden durchgehend dran. Also am Abend so, wenn ich dran schneide, wenn ich in den Flow reinkomme, ist das kein Problem. Da spüre ich dann die Müdigkeit auch nicht. Und Theo, ich habe schon öfters gesagt, ich habe auf solche großen Kalorien-Challenges eigentlich keine Lust. Ich habe damals die 30.000 Kalorien-Challenge eigentlich auch nur mehr gemacht, weil ich für die 27.000 so viel Kritik bekommen hatte, weil sich jeder aufgeregt hat, dass ich es ja eigentlich nicht gegessen habe, weil ich ja Schnitte reingemacht habe und dann habe ich es halt ungeschnitten gemacht, sodass ich alles gezeigt habe und damit war das Ding für mich eigentlich erledigt. Ja, also Selina, ich glaube schon, normalerweise kann man auf dem Discord auch Video chatten. Aber ich glaube, da müsste man halt dann über, ich habe es glaube ich vorher gelesen, also man kann ja Sprache und Video einstellen und so und dann, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, Pascal, eine Nacht freinehmen, das haben wir vorher gesagt, ist nicht drinnen. Wie gesagt, ich investiere in YouTube täglich so neun Stunden. Ungefähr. Jeden Tag, sieben Tage die Woche. Nelissa, schönen guten Abend. Und Selina, what what? What what? What what? Aber gut, hat jetzt noch irgendjemand irgendeine Frage, weil sonst machen wir für heute Schluss. Dann stellen wir, wer möchte, kann vielleicht gern auf den Discord kommen. Der Discord wird wie gesagt, oder das haben wir früher, vorher schon ausgemacht, nur für die Leute sein, die auch immer bei den Livestreams dabei sind. Jeder, der wie gesagt bei den Livestreams dabei ist, dabei ist, der kann gern auf den Discord kommen. Und, ja. So, jetzt muss ich das noch kurz lesen. Ja, Patrick, Sprachchat gibt es auf alle Fälle. Und was wir dann halt auch machen werden, wenn wir mal zocken werden, also wenn ich mal mit Assassin's Creed und Pokémon dann durch bin und ich dann Minecraft wie versprochen spielen werde, da können wir dann ja auch, glaube ich, zu zweit, zu dritt zocken oder so und da werden wir dann über den Discord quatschen, glaube ich. Ich glaube, so geht das am einfachsten. Nein, nein, Sophia, jeder, der dabei ist, jeder, der nur einmal beim Livestream dabei war, darf in den Discord sozusagen. Aber er ist halt für euch oder für uns, die beim Livestream immer dabei sind. und oh, Pascal, das ist aber blöd, dass du nicht auf den Discord darfst. Aber warum ist das so schlimm? Ich weiß es nicht. Aber na gut, Leute, gibt es noch eine letzte Abschlussfrage oder machen wir für heute Schluss? Wir haben noch für 10, 9, 8, ups, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,